Herzlich Willkommen zu diesem Video Tutorial für das Alplanadon Profil Bauteile. In der Version 1.002 haben wir für Sie bei den Wooten ein neues Feature eingebaut. Damit können Sie z.B. sehr einfach Rahmen-Ecken eine Aussteifung mit der Funktion der Woot eingeben. Wir haben hier die 6 Träger obendran und modifizieren mit dem Multi-Edit nun alle Träger auf einmal. Am Anfang haben wir die Kopfplatte eingestellt mit einem automatischen Überstand von 0. Das heisst, wenn ich nun eine Woot hinzufüge, wird automatisch die Kopfplatte verlängert. Man sieht das hier schön nach unten. Die Kopfplatte ist grösser geworden. Nun kann ich noch die Werte einstellen für Länge und Breite. Diesen jeweils parallel und lotrecht zu der bestehenden Achse. Und somit sind automatisch die 6 Verstärkungen gemacht. Die Träger auf der rechten Seite sind mit der Funktion gespiegelte Kopie erstellt worden. Somit können Sie sehr einfach symmetrische Fachwerke mit dieser Funktion erstellen und die Elemente im Nachhinein mit den gleichen Parametern jeweils ändern. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tipp für das Add-on Profil Bauteile von CDS. Tschüss. Danke fürs. Danke fürs Zuschauen.